Es ist dem Feind belungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Das ist ein Befehl, die mein Befehl zu ersetzen! Oh, meinst du, ist das einfach der Fall? Das bin ich sehr hart mit Belogen! Jeder hat mich Belogen, sogar hier ist es! Die gesamte Generalität ist in 2000 ein Haufen niederbrechtiger Treue unserer Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Ich sage Feindlinge! Verreicher und Verzahner! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist doch ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zug gebracht haben, nur um zu lernen, wenn man Messer und Kabel hält! Jahrelang hat das Militär alle Aktionen nur behindert! Es hat mich gegen nur ein festigen Widerstand in den Weg geleckt! Ich hätte gut daran getan! Und da haben alle höheren Offiziere liquidiert zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf Mist gestellt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich doch verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blutwerk sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Ja! 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 Der Krieg ist verloren! Ja! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, dann setzen Sie sich gewollt, eher jakgisch wie eine Kugel durch den Kopf! tun sie was sie wollen